Deutschland, eine herausragende Fußballnation, reist zu einer Weltmeisterschaft nach Brasilien. Sechs unserer Buben sind dabei. Das erfüllt uns alle mit Stolz. Natürlich finden wir es als HSV schade, dass René und Heiko den Sprung jetzt nach Brasilien nicht geschafft haben. Allerdings muss man auch sagen, dass wir insgesamt die Nominierung eines Spielers immer auch ein Produkt ist aus Mannschaftsleistung über eine Saison hinweg. Und sicherlich haben wir als Team nicht dazu beigetragen, dass die beiden Top-Leistungen zeigen konnten. Roman hat sich diese Nominierung mehr als verdient. Er gehört dahin, weil er für mich in den letzten drei, vier, seit ich hier bin, das Tor gegen Hoffenheim gesehen hat. Das war meiner Meinung nach das erste Tor in fünfeinhalb oder mehr Jahren, dass ich gesehen habe, dass Roman nicht erhalten konnte. Und er hat es nicht getan. Ich kann nur als Leverkusener Trainer dazu sagen, dass Bernd sich eine Nominierung absolut verdient gehabt hätte. Und wenn Bernd seinen Weg so weitergeht, wie er ihn in dieser Saison auch wieder gegangen ist, dann wird auf Strecke an ihm kein Weg vorbeiführen. Aufgrund der Tatsache, dass viele Spieler noch anderweitig beschäftigt sind, ist diese Nominierung erfolgt. Aber es ist natürlich schön, freut uns für den Spieler, dass er da in diesem Kreis aufgenommen ist. Sollte ihm, denke ich, eine Perspektive aufzeigen, dass wenn er den Schritt weiter geht, dass dann vielleicht auch nach der WM noch weitere Schritte kommen können. Und so ordnen wir das ein. Das haben wir auch in dem Gespräch mit Joke Löw kam das auch klar zum Ausdruck.